Ich zitiere einmal von der Seite des Deutschen Bundestages. Wird eine Petition nach Eingang innerhalb von vier Wochen von 50.000 oder mehr Personen unterstützt, wird über sie im Regelfall im Petitionsausschuss öffentlich beraten. Das Besondere daran, der Petent wird zu dieser Beratung persönlich eingeladen. Uns haben mehrere Geschwister kontaktiert und uns darauf hingewiesen, dass es bereits eine solche Petition gibt. Und das ist nicht mal ganz richtig. Es gibt mindestens vier solcher Petitionen, das sind nur die, die ich persönlich kenne. Aber keiner davon hat eine realistische Chance, innerhalb von vier Wochen auf 50.000 Unterschriften zu kommen. Nicht so, dass sie deswegen, weil einige schon viel älter sind. Wir haben diese Chance jetzt. Wir haben innerhalb von weniger als 24 Stunden bereits 8.000 Unterschriften gesammelt. Und wenn wir so weitermachen, können wir nächste Woche unser Ticket nach Berlin buchen. Wir haben eine sehr realistische Chance und deswegen haben wir eine neue Petition gestartet. 28 Tage für 50.000 Unterschriften. Der Countdown läuft jetzt. Es ist keine Zeit mehr für Lichterkennen. Es wird gehandelt.